Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwore ich. Moment. Das ist doch Major Ballad. Sind Sie hinter dem Herr? Er weiß etwas. Man sieht es an seinen Augen. Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. No, we won't threaten him. Er ist jetzt an mir stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. Er ist in Newport, Katrin. Und ich werde ihn finden. Ich werde Barrett finden. Es ist nur ein Wunder. Es ist nicht ein Wunder. Er ist ein Wunder. Er ist der Wunder. Er ist die Wunder. Ja. Katrin wusste es. Sie hat mich geholfen, um sie zu retten zu retten. Ich wusste nicht, ob ich könnte Kurt finden. Hell, ich wusste nicht, ob ich wollte. Aber ich hatte den Ballon. Und eine verrückte Idee. Ich denke, sie werden mich jetzt nennen. Aber ich habe nie gehalten für diese Kriege. Ich habe nur noch gehalten für Marx. Mein Kind, mein Kind. Katrin gab mir ein Bild von Europa und Kurt's old hunting-rifle. Ich weiß nicht, welcher von uns war mehr überrascht, dass die Ballon even floated. Ich fliehe all night in der Ballon. Ich weiß nicht, wie, aber ich bin da. Ich war wieder in der Kriege. Du kannst nicht sehen die Kriege aus dem Boden. Weil auf dem Boden, du bist die Kriege. Ich werde nie vergessen. Weil in dem Moment, ich wirklich verstehe, was ich war ein Teil. Ich will stabilisieren. Aber I was tired, und ich niergte Zeit. Und ich musste sleepnungen. Ich konnte nicht wissen, wie ich ihn wollte. Was ich heute überhaupt noch daran tun? Vielleicht Kurt da war ein paar Tage? Vielleicht Kurt war schon immer noch nie? Ich weiß, dass Kurt war schon already dead. Stop. Wir haben uns haltet. Wir haben uns geholfen. No matter the cost. But anyhow, you lost, Fritz. You lost. Not yet. Not me. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Christ. They were just children. I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. But it's over now. It's over. No more. Enough. They're fucking cute. Kurt, did I even want to save a man who didn't trust me? Yes. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? Mila! Wine! Yes, sir! Coming, sir! Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for an alcoholic. No, no, no. What did I see? Leftibles? This. The signature of the armistice is the result of a complex process in which both sides communicate their conditions and attempt to negotiate. The agreement is signed just after 5 a.m. on 11th November 1918. Both sides agree on a six-hour window to load the news to which there are soldiers. 11 a.m. on the 11th November is agreed as the moment when the fighting will stop. But did it stop? Really? Mila! For the love of all that is holy, where the hell is my wife? Where did he go? The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but... I would apologize for knocking you out, Fritz, but... Well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. You lost my son. You lost my son. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? It's a mess, what you say. It's just like your photos. A mess. What have you done with my son? You should try opening up more, Fritz. I'm not gonna give it. Do not give it. What? What's the issue? Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him?! I'm listening, Fritz. Du, du kennst ihn, dessen Name ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an, genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan, nichts. So, there I was, right before the armistice, midair, in a homemade balloon. I was free up there, free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or, live the life I always imagined. Share my photos with the world. Go home. You will go and help him. You will go against the storm. This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier über ihn zu sprechen. Er ist mir egal, wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh. He knows my name. Ha, ha. This just keeps getting better. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling. Ein Feigling mit einer Kamera. Der glaubt, er wäre ein Held. Er ist ein Feigling. Er ist ein Feigling. Ich kann nicht übernehmen. Ich kann nicht übernehmen. Ich kann nicht übernehmen. Ich werde mich nicht mehr übernehmen. Ich will dich nicht mehr ohne dich in. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Jetzt. Und immer. Ich bin zurück. Geh nach Hause. Die erste Chance. Du hast es geschafft. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Geh nach. Geh nach Hause. 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 Das ist ich. Jetzt hast du wirklich meine Augen. Und wer ist dieser junge Mann, der ich mich gefährdet? Geh nach Hause. Geh nach Hause weg von dem Bild. Geh nach Hause weg, du. Gern Nein. Du. Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz. I have no idea what you'll say. Noch keine Nachricht von Grotha. Ich versuche, mir keines Augen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Du, Papa, und ich habe immer freundet. Das war's. Du sollst niemals hierher kommen, Fritz. Du siehst mir, du bist nur ein kleines Krieg. Er ist ein gelliger Mann. Ja, ich habe einen Ball. Ich habe einen aíben. Wie geht es? Für posterity. Du verstehst? Ich bekomme die Kamera. Er ist eine verrückte Idee. Er ist ein verrückter Mann. Er ist ein verrückter Mann. Er ist eine verrückte Musik. Oh. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hope she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby, but if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Run. As fast as you can. Just run. No. Come on now, my little sprinting friends. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognized that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the rocks first. It was Barrett all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan? Just out of interest. You come here, you find him. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? Kurt, I can explain everything. Harry? What are you doing here? Huh? I came here to save him. I'm so sorry, sir. I want to answer, Barrett. Answer! What have you done with my son? Speak! What have you done with him? Answer me! Jesus Christ, Harry! Who the hell are you fighting for? Please, sir, just tell us. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't know what he wants. He's crazy. No, he's not crazy. He's a father. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Don't do this. Just tell him his son's alive, sir, and we can all go home. Eva, my young man. We've all lost people we love. All of us. I feel it, Mia. We've all lost people! So, das war es. Der Major hat mich nie verabschiedet. Ich habe alles verloren. Sie nennen mich ein Traitor, ein Fritz-Lover, ein Yellow. Wir sind immer noch. Sie haben mich verabschiedet, Katrin. Aber ich wundere mich, ob ich mich verabschiedet habe, Barrett. Es ist ein Bediener, was ich will have to live with. Was happened to Max goes unpunished. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. No doubt they will praise him for his heroism. But, Katrin, we know the truth. We know who he really is. They will not keep me for much longer. Please tell Luzi. I'm sorry. I will be home soon. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. He was my friend. And he was my friend. I know I didn't thank them. I had to never name my friend. I'll lie back home to him. He is my friend. I'm regime with a dream. I have been my friend. I am so glad and Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020